Ich, Foto-Finish, bin angekommen! Genau wie Heutitoyti. Och, ist das wunderbar, euch wiederzusehen. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitmacht. Wir haben dich alle beim Debüt von Miss Pummel in Manhattan vermisst. Miss Pummel ist Designerin? Ich dachte, sie näht immer noch Kostüme. Ach was, jedes Pony von Rang und Namen redet davon. Oh, Wahnsinn! Die sind absolut umwerfend! Es ist schön zu hören, dass es bei Miss Pummel gut läuft. Wer ist das, der da redet? Oh, das ist Applejack. Sie ist auch ein Jury-Mitglied. Jury-Mitglied? Wie findest du das? Oh, wow. Das ist einfach... Oh, wow. Ist das Kleidung? Das Foto ist weit herum! Das ist... Sie sieht ja aus wie eine Disco-Kugel. Ist die in Manhattan über den Laufsteg gerollt? Ich kann gar nicht glauben, dass das irgendein Pony anzieht. Habe ich recht? Oh, boy! Oh, macht! Oh, super lustig! 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 Untertitelung des ZDF, 2020